Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 121 Ich binde mir die Schuhe zu. Mein Lauftraining beginnt frühmorgens vor der Arbeit. Ich binde mir die Schuhe zu. Mein Lauftraining beginnt frühmorgens vor der Arbeit. Unsere Katze schaut sich um, um zu sehen, was passiert. Unsere Katze schaut sich um, um zu sehen, was passiert. Unsere Katze schaut sich um, um zu sehen, was passiert. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Wir spenden die Kleidungsstücke einer Hilfsorganisation. 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 Wir spenden die Kleidungsstücke einer Hilfsorganisationer-Klösen-Klösen. Es wird Zeit, etwas zu unternehmen. Die Rechnungen müssen jetzt endlich bezahlt werden. Die Rechnungen müssen jetzt endlich bezahlt werden. Der Karton ist voll. Du kannst ihn jetzt verschließen. Korobka povna. Вы можете заблоковати його зараз. Hast du den Wecker nicht gehört? Wir wollten um 7 Uhr aufstehen. Hast du den Wecker nicht gehört? Wir wollten um 7 Uhr aufstehen. Hast du den Wecker nicht gehört? Wir wollten um 7 Uhr aufstehen. Hast du heute den Rasen? Du wolltest es schon letzte Woche tun. Hast du heute den Rasen? Du wolltest es schon letzte Woche tun. Die Nachbarn haben jetzt Sonnenkollektoren auf ihrem Dach. Wann werden unsere geliefert? Die Nachbarn haben jetzt Sonnenkollektoren auf ihrem Dach. Wann werden unsere geliefert? Die Nachbarn haben jetzt Sonnenkollektoren auf ihrem Dach. Wann werden unsere geliefert? Die Katze sitzt auf dem Tisch. Sie möchte den Platz nicht verlassen. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Sie möchte den Platz nicht verlassen. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Sie möchte den Platz nicht verlassen. Geht sie dicht nach Stolien. Wann werden unsere geliefert? Zum Frühstück gibt es Haferflocken und Milch. Haben wir noch Erdbeeren von gestern übrig? Zum Frühstück gibt es Haferflocken und Milch. Zum Frühstück gibt es Haferflocken und Milch. Haben wir noch Erdbeeren von gestern übrig? Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Für unseren Hund wurde gerade ein Sack Trockenfutter geliefert. Für unseren Hund wurde gerade ein Sack Trockenfutter geliefert. Für unseren Hund wurde gerade ein Sack Trockenfutter geliefert. Für unsere Sobake-Schoino привезli mischok su Hoho-Kormo. Die Lachsölkapseln sind in einer Blisterpackung. 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 Wir haben uns in unserem letzten Urlaub in Griechenland eine Klangschale aus Kupfer gekauft. Wir haben uns in unserem letzten Urlaub in Griechenland eine Klangschale aus Kupfer gekauft. Wir haben uns in unserem letzten Urlaub in Griechenland eine Klangschale gekauft. Wir haben uns in unserem letzten Urlaub in Griechenland eine Klangschale gekauft. Ich will damit nichts zu tun haben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will damit nichts zu tun haben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Ich habe gehört, dass die Steuern wieder erhöht werden sollen. Stimmt das? Ich habe gehört, dass die Steuern wieder erhöht werden sollen. Stimmt das? Ich habe gehört, dass die Steuern wieder erhöht werden sollen. Stimmt das? Ich kaufe Wäscheklammern aus Holz. Es ist stabiler als Plastik. Ich kaufe Wäscheklammern aus Holz. Es ist stabiler als Plastik. Ich kaufe Wäscheklammern aus Holz. Es ist stabiler als Plastik. Ich kaufe Wäscheklammern aus Holz. Es ist stabiler als Plastik. Bald ist Weihnachten. Dann basteln wir wieder Geschenke für unsere Familie. Bald ist Weihnachten. Dann basteln wir wieder Geschenke für unsere Familie. Bald ist Weihnachten. Dann basteln wir wieder Geschenke für unsere Familie. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Soll ich das Zimmer in neuen Farben streichen? Ich liebe blau und gelb. Schlafmasken gibt es nicht nur in schwarzer Farbe. Diese Maske finde ich lustig. Schlafmasken gibt es nicht nur in schwarzer Farbe. Diese Maske finde ich lustig. Schlafmasken gibt es nicht nur in schwarzer Farbe. Diese Maske finde ich lustig. Maske для сна доступнее не только у черного кольора. Я уважаю цю маску смешную. Ich stelle mir viele Fragen. Wer gibt mir die Antworten? Ich stelle mir viele Fragen. Wer gibt mir die Antworten? Ich stelle mir viele Fragen. Wer gibt mir die Antworten? Ich stelle mir viele Fragen. Wer gibt mir die Antworten? Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Das grüne Maßband ist 150 cm lang und besteht aus Kunststoff. Das grüne Maßband ist 150 cm lang und besteht aus Kunststoff. Das grüne Maßband ist 150 cm lang und besteht aus Kunststoff. Leider konnte ich diesmal keine 5 Sterne vergeben. Die Lieferung kam zu spät. Leider konnte ich diesmal keine 5 Sterne vergeben. Die Lieferung kam zu spät. Leider konnte ich diesmal keine 5 Sterne vergeben. Die Lieferung kam zu spät. Na schal, diesmal ich nicht belegt, dass ich 5 0. Доставung verabschiede wurde. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Ich freue mich immer, wenn ich ein lächelndes Gesicht sehe. Ich freue mich immer, wenn ich ein lächelndes Gesicht sehe. Ich freue mich immer, wenn ich ein lächelndes Gesicht sehe. Vergiss deine Trinkflasche nicht. Du brauchst sie beim Sport. Vergiss deine Trinkflasche nicht. Du brauchst sie beim Sport. Das wächst alles in meinem Garten. Wir brauchen nichts aus dem Supermarkt. Das wächst alles in meinem Garten. Wir brauchen nichts aus dem Supermarkt. Das wächst alles in meinem Garten. Wir brauchen nichts aus dem Supermarkt. Das wächst alles in meinem Garten. Wir brauchen nichts aus dem Supermarkt. Das wächst alles in meinem Garten. Wir brauchen nichts aus dem Supermarkt. Ich habe zu jeder Kleidung einen Regenschirm in passender Farbe. Ich habe zu jeder Kleidung einen Regenschirm in passender Farbe. Das Bein muss bewegt werden. Wir machen diese Übung jetzt mehrmals täglich. Das Bein muss bewegt werden. Wir machen diese Übung jetzt mehrmals täglich. Nogu потрібno zruschiti. Teper mi wikonujemo zu впravu kilka raziv na den. Meine Mitschüler wollen nichts mit mir zu tun haben. Meine Mitschüler wollen nichts mit mir zu tun haben. Meine Mitschüler wollen nichts mit mir zu tun haben. Meine Mitschüler wollen nichts mit mir zu tun haben. Meine Mitschüler wollen nichts mit mir zu tun haben. Meine Mitschüler wollen nichts mit mir zu tun haben. Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. Schön, dass du auch hier bist. Wir können die Yoga-Übungen gemeinsam machen. Schön, dass du auch hier bist. Wir können die Yoga-Übungen gemeinsam machen. Schön, dass du auch hier bist. Wir können die Yoga-Übungen gemeinsam machen. Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Willst du über den Baumstamm balancieren? Lauf einfach auf mich zu. Willst du über den Baumstamm balancieren? Lauf einfach auf mich zu. Willst du über den Baumstamm balancieren? Lauf einfach auf mich zu. Willst du über den Baumstamm balancieren? Lauf einfach auf mich zu. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Die Bananen sind noch grün. Ich kann sie so nicht essen. Die Bananen sind noch grün. Ich kann sie so nicht essen. Bananen sind noch grün. Ich kann sie so nicht essen. Im Badezimmer liegen die Gästehandtücher zusammengerollt in einem Körbchen. Im Badezimmer liegen die Gästehandtücher zusammengerollt in einem Körbchen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. Ustarii tajsi čotiri kavuni. Hier ist eine Baustelle. Der Radlader bringt Erde. Hier ist eine Baustelle. Der Radlader bringt Erde. Hier ist eine Baustelle. Der Radlader bringt Erde. Hier ist eine Baustelle. Im Supermarkt habe ich immer einen Taschenrechner dabei. Im Supermarkt habe ich immer einen Taschenrechner dabei. Im Supermarkt habe ich immer einen Taschenrechner dabei. Die Mutter füttert ihren Sohn mit Karottenbrei. Die Mutter füttert ihren Sohn mit Karottenbrei. Ich habe deine rote Krawatte und deine Manschettenknöpfe auf den kleinen Tisch gelegt. Ich habe deine rote Krawatte und deine Manschettenknöpfe auf den kleinen Tisch gelegt. Ich habe deine rote Krawatte und deine Manschettenknöpfe auf den kleinen Tisch gelegt. Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du sie auf den Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist für dich für dich. Dieses Video ist für dich. Der Kanal abonnierst. Untertitelung des ZDF, 2020